Heute bin ich hier Baden-Württemberger, lebe aber in Rheinland-Pfalz, habe neun Jahre in England gelebt. Was ist Heimat eigentlich? Und ich glaube, dass man sich über Heimat unterschiedliche Dinge sagen kann. Heimat, in dem Fall Gladden oder Baden-Württemberg, ist der Ort, der mich geprägt hat. An anderen Orten habe ich mich weiterentwickelt, aber die Prägung hat mich nie verlassen. Ich weiß das deshalb, weil ich über nahezu, ja, also ich habe mich diebisch darüber gefreut, als ein Zug am Heer vorbeigefahren ist. Und da stand drauf, McKinnon Ellis, oh so hochdeutsch. Und da dachte ich, ja, und mit wir, da war ich dabei, obwohl ich da schon ewig nicht mehr gelebt habe. Ich freue mich über positive Nachrichten aus dem Ländle. Ich freue mich, wenn es den großen Autoherstellern gut geht, nicht nur ihr, aber generell, weil ich ganz viele Leute kenne, die da arbeiten und so weiter. Also das verlässt einen nie.